Diesmal geht es mal um die Fidor Bank. Da gab es ein Problem mit dem Login in die App, sowohl in die App selbst als auch auf der Webseite. Denn man braucht die App, wie bei vielen Banken üblich, um den Login zu bestätigen. Wenn die App aber ständig eine Fehlermeldung anzeigt, dann kommt man nicht rein, man kann seinen Kontostand nicht überprüfen. Ja und bei Fidor, die Kryptobank, die mit Bitcoin.de zusammenarbeitet und mit Kraken, also man kann Euro von Fidor und Kraken hin und her schicken, Echtzeitüberweisung und das Trading über Bitcoin.de funktioniert auch über den Fidor Bank Express Handel. Das wird demnächst wahrscheinlich anders laufen, denn wie man hier lesen kann, zum Beispiel bei Heise.de soll Fidor 2024 liquidiert werden. Ja und im Rahmen des App-Problems hatte ich da mal den Support angerufen von der Fidor Bank und einfach mal gefragt, hey, es gibt da Gerüchte im Internet, dass ihr ja euren Betrieb einstellt und jetzt kann man sich auf einmal nicht mehr in die App einloggen. Ist das jetzt ein Exit-Scam? Ich kann es mir eigentlich nicht vorstellen, aufgrund der Regulierung in Europa und Deutschland kannst du mir da ein paar Fragen beantworten. Ja und das hat dann der Mitarbeiter auch dann sehr freundlich getan. Der hat mir geraten, die App einfach nochmal neu zu installieren, also auf dem Smartphone zu löschen und nochmal neu zu installieren. Das reicht auch, man einfach Passwort und Login-E-Mail-Adresse und schon ist man dann in der App und hat vollen Zugriff. Ja, ich glaube, ich musste das nochmal per SMS zusätzlich bestätigen. Das passiert aber auch alles automatisch. Ja, hat also gut geklappt. Gut, also kein Exit-Scam, man kommt da rein. Dann habe ich nochmal gefragt, wie sieht das aus? Bisher hat ja noch offensichtlich nicht jeder eine Kündigung bekommen. Wenn es eine Kündigung geben sollte, ist dann das Konto dicht und ich komme nicht an mein Geld ran. Dann hat er mir nochmal erklärt, ja, bei einer Mastercard ist es so, dass man vom Zeitpunkt der Kündigung mindestens zwei Monate noch normal mit dem Konto handeln können muss. Also Zahlung empfangen und senden können. Das heißt, das Geld ist also nicht weg. Man kommt ran, zwei Monate hat man dann, darauf kann man sich dann einstellen, noch Zeit. Ja, und angenommen, die Karte läuft jetzt im Februar ab, ja, dann bekommt man zwei Wochen vorher auch automatisch, egal ob es jetzt zu einer Liquidierung der Fiederbank kommt oder nicht, bekommt man nochmal eine Ersatzkarte geliefert. Also wenn man jetzt noch keine Kündigung hat, dann kann man sich eigentlich sicher sein, okay, zwei Monate gibt es noch einen Zugang. Generell, allgemein zur Frage, wird die Fiederbank aufgelöst, hat er mir quasi einen Standardtext vorgelesen, den habe ich mir jetzt nicht notiert, aber inhaltlich lautet der so viel, ob und wann die Fiederbank liquidiert wird, kann er mir nicht sagen. Dazu gibt es keine, kann er mir keine offizielle Stellungnahme weitergeben, aber er weiß, dass es Medienberichte darüber gibt, ja, also er kann es weder bestätigen noch abstreiten und kann mir halt nur das sagen, was eben sowieso jetzt offiziell jeder weiß. Also wie schon gesagt, zwei Wochen nach der, zwei Monate nach der Kündigung kann man die Karte weiter, äh, kann man Fieder weiter benutzen. Es gibt auch noch keine, dementsprechend natürlich auch keine Aussagen, was Bitcoin.de jetzt macht, was Kraken jetzt macht, ähm, da, äh, gibt es nur Medienberichte, was Bitcoin.de angeht. Also die tun alle noch so ein bisschen so, als ob das mit, äh, Fidor, äh, so weiterläuft, aber man sollte sich natürlich schon rechtzeitig, äh, positionieren und überlegen, was, wenn man Bitcoin.de und, äh, Kraken benutzt, was kann man dann als Alternative benutzen? Ähm, generell geht natürlich Banküberweisung immer, aber, ähm, ja, wir benutzen ja kein Krypto, nicht nur, ähm, weil wir, ähm, ja, äh, kein Bankkonto gerne benutzen, sondern, weil es auch eigentlich absolut nicht mal zeitgemäß ist, dass man eine Banküberweisung nicht augenblicklich instantan durchführen kann. Das kennen wir von Bitcoin innerhalb einer Stunde, spätestens sind die Transaktionen durch, bei EOS innerhalb von einer halben Sekunde zum Beispiel, oder bei WAX. Ja, auch Polygon, äh, braucht nur, oder Täter brauchen nur wenige Sekunden und, ähm, äh, äh, eher im Wenigem, ähm, auch unterhalb einer Minute normalerweise, ja, und da so gesehen ist natürlich dann das SEPA-System ein steinzeitliches System, und, ähm, ähm, ja, und man müsste im Prinzip ein Stablecoin haben, ein Euro-Stablecoin haben, den auch, mit dem auch die Bank umgehen kann, und, ähm, dann hätte man im Prinzip schon fast alle Probleme gelöst, aber diesen Stablecoin gibt es nicht, und wir wollen auch, äh, äh, eigentlich nicht, dass der von einer Bank emittiert wird, sondern von einem dezentralen Service, das ist auch klar. Ja, aber das sind die Aussagen zur, ähm, zur FIDOR-Karte. Die App läuft wieder, äh, was Bitcoin.de und Kraken machen. Ich werde da nochmal mich umhören, wenn jemand da noch weitergehende Infos hat oder Gerüchte, bitte gerne in die Kommentare schreiben, das ist gerade auf jeden Fall ein interessantes Thema, und, äh, ja, vielleicht kennt auch jemand gute Alternativen ansonsten, die man irgendwie schnell Euro, äh, von, ähm, an die Kryptobörsen schickt, ja, vielleicht, äh, kennt da jemand irgendwelche noch alternativen Möglichkeiten, ähm, ähm, ja, aber wie schon gesagt, bisher war FIDOR-Bank immer eine sehr gute Wahl wegen dieser Echtzeitüberweisung zu Kraken und Bitcoin.de. Gut, ähm, das sind die Infos, die ich kurz mit euch teilen wollte. Ich danke für deine Aufmerksamkeit. Mach es gut!